Hallo Leute, eine Frage, hattet ihr dieses Problem auch schon mal, wenn ihr den Media Player benutzt und wollt jetzt zum Beispiel neue Öl-Dateien der Medienbibliothek auf eurer Festplatte verwegen? Und warum zur Hölle geht das nicht? Ich wette, einige Leute haben dieses Problem bezüglich des fucking Media Player, der deine Bibliothek nicht rausfällt. Ich habe dafür keine Lösung, die Dateien befinden sich an unterschiedlichen Speicherorten und das einzige, was mir übrig bliebe, wäre die Speicherorte rauszusortieren und die Dateien dann manuell zu verschieben. Also, dass es keine Lösung gibt, die komplette Mediathek zu exportieren oder zumindest keine, die ich bis jetzt gefunden habe, das ist wirklich doof. Jo, das wäre meine Frage, das Who Knows Why. Das Gegenteil vom How To, genau ausgedacht. W-K-W, das Who Knows Why für den Media Player von mir. W-K-W, das Who Knows Why. Vielen Dank.